Es ist noch nicht bereit. Nein, das ist eine schlechte Idee. Verdammt. Ich kann nicht mehr. Mein Fokus ist leer. Entschuldigung. Oh mein Gott, wie viel sind denn da jetzt? Shit. Ich bin am Arsch. Ach, die kann ich auch so töten? Verdammt. Okay. Den muss ich doch so... Und den noch? Komm her. Zack. Oh shit. Oh oh. Ich muss erstmal versuchen, hier wieder wegzukommen. Verdammt. Was, wen, was, wer, was, wo? Hier ist doch keiner mehr. Oh nein, noch mehr davon. Oh nein, noch mehr davon. Wow, 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 wow. Das hätte ich doch niemals auf schwer geschafft, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen übertrieben. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Auf Kontakt. Wie ist es? Wer ist das? Galina.. elle Mutter! Does sie recognize? Will Sie sie? Es ist sie. پ Shawnali hinst die mé therapist. Where, wo sind Sie? Mama! Ich brauche dich! Hilfe! Die Dunkelheit ist vorbei. Du bist beide tot. Du bist beide zu den Läden. Die Dunkelheit war die Dunkelheit gegen die Dunkelheit, als sie für sie kam. Sie, auch hatte eine Sicht. Sie, auch, schaute die Gottes, die Dunkelheit in die Dunkelheit. Aber sie gab es nicht. Sie schief die einzige Sache. Sie gab ihre Leben zu den Dunkelheiten. Wenn nur du, dass du das gleiche getan hast, der Welt hätte diese Angst haben. Es ist nicht zu spät. Sie ist für dich. Warum nicht ihr sie? Und wenn ich immer stehen bleibe, wundert euch bitte nicht. Es ist ganz simpel. Ich möchte da unten mitlesen, was da ist. Ich kann mich irgendwie nicht auf das Spiel konzentrieren, wenn ich weiß, die unterhalten sich. Und es geht gleich der nächste Kampf hier vielleicht los. Deswegen bleibe ich immer stehen und versuche es einfach, um mitzulesen, was da ist. So. Es speichert. Es war klar. Wow! Was zur Hölle? Ah, okay. Au! Du kannst mich mal am Arsch lecken, Mistvieh. Verdammt, drei Stücke auf einmal wieder. Du kannst das machen. Fokus. 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 W tokens. W Claudia. Wenario aang. These grüllen Parếtnahme ist her. 內раж ich sie! you finished! Take him down, klein. ... Dютel! Oh man Was das wo das war es leider nur das war es leider noch nicht komm her Ich bin dabei Au Noch mehr oh mein gott Komm näher Oh shit ich muss den da zuerst Wow Das Kampfsystem ist echt gut gemacht Also ich finde man kann Man kann damit echt gute Kombos machen Sollten sich viele Spieleentwickler mal einfach abschneiden Komm her Ja ich hab grad meinen Fokus verbraucht Okay da muss ich hinlaufen Und jump Wie viele noch Komm her Wow zwei davon Toll Fokus verbraucht Oh shit 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 Just look around you What hope is there for Even if a soul could be rescued Do you think you thank you for what you have done to him To his friends To his father Oh Mistvieh ey Schön in den Schatten verstecken Mistvieh Oh man Was das Hä Oh Die sind dahinter Dahinter geht es erst weiter Oh scheiße Wohooo Wohohoho End it End it No This is nearly the end Focus Focus No She finished it Ferdammt 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 Now come here Ferdammt 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 Alter Wie viel kommt denn da noch Geschafft So Wer schreit denn da Okay Ich muss hier raus Ich hab's geschafft Super Tut mir leid Ich muss euch hier zurücklassen Ihr armen kleinen Seelen Ich will gar nicht wissen was passiert wenn wir auf die da hinkommen Ich glaub das sind einfach nur quasi Wände die sich bewegen Oh Mal gucken Ich will auch gar nicht wissen ob wir abstürzen können oder sowas in der Art Uh Hallo Hand Entschuldigung Oh Äh Darf ich deinen Arm bitte benutzen Ja ich weiß Es ist äh Eigentlich Total unfreundlich Aber Naja Ich muss da irgendwie hoch Tut mir leid Oh mein Gott Wir haben's geschafft I can't fight it anymore Not on my own Where are you mother I want to be with you That night She gave up on her world To follow in the footsteps of her mother To go to a place where the darkness couldn't reach her Senua Senua Look at me Do you hear them They're calling for me We've lost so many We've lost so many And I've lost my father I can't lose you You said it I have blood on my hands I didn't say that You've done nothing wrong Zimbal was right Everyone will suffer Zimbal is a fake He is a hateful bitter liar He's poison And his words still haunt you Who do you trust Him Or me Do you still believe in me Senua In us Come back to me Please Don't you please stop this college The hardest battles are fought in the mind He gave her the sword with which to fight in more ways than one And she gave him her word Never to surrender All she needed was a little help A little hope Okay, wir haben's geschafft Wir sind draußen Wir haben den Baum Hinter uns gelassen Und nun heißt es wohl Müssen wir Heel gegenüber treten Ich find das von den nordischen War das früher wirklich so? Hat man an so riesen Klippen So riesen Holzbauten gebaut? Also generell immer mal wieder Wenn man zum Beispiel Wie in WoW Oder sonst irgendwo Nordische Sachen sieht Dann sieht man auch An so riesen Klippen So coole Ja Holzhäuser Das da hinten ist auch eine Ruine Und wir lassen den Baum hinter uns Anfangs dachte ich irgendwie Das wäre Yggdrasil Aber ich glaub Die Weltesche ist etwas größer Als dieser kleine Baum Ich weiß nicht Ob wir uns darüber freuen Sollen Dass die Stimmen wieder da sind So Wo geht's lang Jetzt war die Geschichte von Odin und Mimia Aber noch nicht wirklich vervollständigt worden Also generell Ja klar Hat Hat man ja gesagt Odin hat sein Auge gegeben Um die Weisheit von Mimias Brunnen Zu bekommen Jedenfalls Hat Odin sich Verkleidet Also ne In Menschengestalt Und hat dann halt Nach Weisheit gesucht Und hat diesen Brunnen Von Mimia gefunden Im Troll Und Mimia wollte ihn nicht Aus der Quelle trinken lassen Es sei denn Er gebe ihnen ein Auge Somit hat Odin sein Auge Geopfert Und dann erkannte auch Mimia Wer der Ja Wer dieser Bettler war Es war Odin Und von da an folgte Mimia Odin immer und immer wieder Beziehungsweise nicht immer und immer wieder Folgte Mimia halt Ja Odin Die Stimmen machen einen verrückt Es ist wirklich so Die Stimmen machen einen wahnsinnig Beim Spielen Beim Sprechen Ich glaube wir müssen einfach nur zurück Denn ich glaube Da hinten war doch irgendwo ein Tor Ein großes Tor Wo wir hin mussten Oh kommt schon Stimmen Lasst mich in Ruhe It's not far Ja ja ich guck gleich hoch Ja ja ist okay Ich wollte nur gucken was hier ist In diesem Seiteneingang Nix Oh ja ich weiß wo es lang geht Hallo Stimmen Ey ja ich bin auf dem Weg Was ist hier? Ach es gab noch einen Weg hoch Wir hätten gar nicht die Treppe nehmen müssen Äh die Leiter Entschuldigung Wir hätten auf die Treppen gehen können Ein großes Tor Äh Ah ok Einfach aufdrücken Hm das sieht nach einem runden Stein aus Ich würde sagen wir machen aber hier an der nächsten Folge erst weiter Denn wir haben jetzt ähm Ich habe jetzt glaube ich zwei Folgen in einem aufgenommen Die ich dann irgendwie zusammenschneiden werde Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal den Cut Und wir setzen dann hier neu an Mit einer neuen Geschichte Mit einer neuen Runden Story Bin gespannt was noch auf uns zukommt Ähm Theoretisch Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Runden noch Dann nochmal vier Runden Und dann sollte das Spiel irgendwie durch sein Also bis hierhin erst einmal Danke fürs Einschalten Ciao 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 Ciao